Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Objekt bzw. auch Schrift oder Text rot bzw. auch weiß kostenlos umranden kann, wenn man zum Beispiel ein Thumbnail erstellen möchte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich verwende am PC das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP, das Ganze kann man sich natürlich auch downloaden. Hierfür einfach mal in Google GIMP kostenlos downloaden eingeben und dann eins der ersten Seiten hier auswählen. Wenn das Programm installiert ist, dann benötigen wir hier links drüben mal unsere Ebenen, hier rechts den Werkzeugkasten. Wenn das Ganze noch nicht voreingestellt ist, dann einfach mal hier auf Fenster klicken, auf Ebene bzw. Werkzeugkasten und bei andockbare Dialoge wähle ich noch meine Werkzeugeinstellungen aus. Hier gehe ich einmal auf das Icon und ziehe das Ganze hier rechts drüber, dass wir das Ganze auch noch hier unten drunter schön drinnen haben. Nun muss ich erst einmal hier links oben mein entsprechendes Bild öffnen, klicke also hier auf Datei, dann auf Öffnen, hier einmal den entsprechenden Ordner auswählen, bei mir ist es jetzt bei Downloads hier drinnen und dann einfach mal das Bild öffnen. Zuerst möchte ich einmal hier das Handy rot umran und danach noch hier eine Schrift, welche ich später noch einfügen werde. Jetzt muss ich aber erstmal raus und heranzoomen, um hier im Bild ein bisschen was machen zu können. Hier für einmal auf der Tastatur Steuerung drücken und gleichzeitig das Mausrad hin bzw. zurückbewegen. Und wenn ich Steuerung loslasse und nur das Mausrad gedrückt halte, dann kann ich auch noch mein Bild hier schön bewegen und somit jetzt einmal schauen, dass wir das Handy hier schön groß vor uns haben. Jetzt bei meinem Werkzeugkasten hier rechts einmal auf die freie Auswahl gehen, das schaut aus wie ein Lasso und hiermit kann ich jetzt nämlich immer, wenn ich einen Linksklick mache, solche Punkte setzen und damit gehe ich jetzt einmal schön um mein Handy hier außen rum. Wenn hier zum Beispiel eine Abrundung ist, wo es etwas schwerer wird, gerne auch einfach etwas genauer hinzoomen, dann kann man das Ganze nämlich noch schöner machen. Und hier noch zwei kleine Tipps, wenn du jetzt zum Beispiel mal hier einen Punkt aus Versehen falsch gesetzt hast, kein Problem, auf der Tastatur einfach auf die Lösch-Taste klicken, womit man auch mal den letzten Buchstaben normalerweise löscht, dann geht der Punkt wieder zurück. Und wenn man hier oben zum Beispiel denkt, okay, ich möchte das noch etwas abändern, einfach mit links hier auf den Punkt draufsetzen und ich kann das Ganze noch einmal verschieben. Doch jetzt gehe ich das Ganze erstmal bei meinem Handy hier außen rum. Jetzt gleich bin ich wieder bei meinem ersten Punkt angelangt und einfach diesen Punkt noch einmal anklicken und schon sehen wir durch dieses gestrichelte hier, dass das ganze Objekt jetzt schön umrandet ist. Wenn das geschehen ist, einmal auf meiner Tastatur STRG C drücken, um das Ganze zu kopieren und einfach STRG V. Jetzt wird es nämlich hier links als schwebende Auswahl bzw. als schwebende Ebene eingefügt und wir können weitermachen. Meine schwebende Ebene möchte ich hier jetzt als richtige Ebene machen, deswegen, diese ist schon ausgewählt, hier links unten einmal auf eine neue Ebene erstellen klicken. Jetzt ist das Ganze auch eine richtige Ebene und nun klicke ich auf diese Hauptebene, da wo mein Bild drauf ist, noch einmal auf eine neue Ebene erstellen. Hier die Einstellungen sind normalerweise auch schon immer richtig und jetzt habe ich nochmal eine Zwischenebene zwischen dieser Linie hier von meinem Handy und zwischen der Hauptebene erstellt. Nun mache ich mal einen Rechtsklick hier auf meine, ich nenne es einfach mal die Handy-Ebene, dann gehe ich auf Auswahl aus Alpha-Kanal, klicke hier oben auf Auswahl drauf und jetzt kann ich nämlich diese Auswahl noch vergrößern. Klicke also auf Vergrößern, in meinem Fall mache ich einfach mal 25, das finde ich einen schönen Wert und damit wird jetzt nämlich diese Ebene, wo gerade um ein Handy rumgelegt war, noch einmal um einen bestimmten Wert vergrößert. Diese Vergrößerung wird jetzt dann auch meine rote Umrandung werden. Wenn du sagst, die Größe passt, ist alles gut, wenn nicht, dann kannst du hier auch nochmal auf Auswahl gehen, vergrößern bzw. verkleinern und diese Umrandung hier dementsprechend anpassen. Wenn das also passt, gehe ich auf meine Zwischenebene hier drauf, dann hier rechts einmal auf meinen Farbeimer bzw. auf Füllen und jetzt kann ich hier nämlich noch meine Farbe auswählen. Bei mir ist schon rot ausgewählt, wenn nicht, einfach linksklick drauf machen und hier die entsprechende Farbe auswählen und auf OK klicken. Wenn das geschehen ist, einfach mal den Farbeimer hier auf mein Handy halten bzw. halt da auf diese Umrandung und schon können wir sehen, es wurde schon eine rote Umrandung eingefügt, so wie es sein sollte. Ich persönlich finde den Übergang von dem Roten auf das Weiße hier immer relativ hart, weswegen ich das Ganze etwas weicher machen möchte. Hierfür hier oben einfach mal noch auf Filter klicken, auf Weichzeichnen, Gausscher Weichzeichner und hier haben wir jetzt noch einen Wert. Du kannst sehen, wenn ich diesen jetzt erhöhe, dann wird der Übergang hier um einiges weicher. Ich finde, bei meinen Bildern ist er mein relativ guter Wert, die 1 und schon habe ich hier so einen kleinen leichten Übergang, der aber doch noch etwas ausmacht. Mich persönlich stört es jetzt noch, dass hier so eine kleine weiße Umrandung ist. Hier habe ich einfach nicht sauber gearbeitet. Deswegen klicke ich jetzt mal hier auf meine oberste Ebene drauf, dann hier rechts auf diesen einen Pinsel und nun kann ich hier noch einen Pinsel auswählen, mit dem linksklick. Bei mir passt er schon, ich nehme mir diesen Hardness 0,75. Hier kann ich die Größe noch mit dem Mausrad kleiner bzw. größer machen. Ich finde, die Größe passt. Jetzt zoome ich da mal noch etwas hin und schaue einfach, dass dieses Weiße hier noch weggeht. Ich klicke also hier immer ein bisschen. Das ist einfach mit der Zeit, bekommt man da auch ein Gefühl. Und du kannst sehen, jetzt ist schon diese weiße Umrandung hier weg. Somit schaut das Ganze noch einmal um einiges besser aus. Zum Schluss klicke ich hier links oben noch auf Auswahl, auf nichts, dann hier auf meine unterste Ebene und zoome einmal schön zurück und schon habe ich mein Handy hier richtig umrandet. Und nun kann ich mit dem Text hier weitermachen. Hierfür habe ich jetzt schon mal hingesumt, gehe hier rechts in meinem Werkzeugkasten auf Text. Dann kann ich hier einfach mal so ein Textfeld aufziehen. Ich möchte hier ungefähr das Ganze schreiben. Schreibe jetzt einfach mal so, wie es auch wirklich das Thumbnail war. Handy, Passwort vergessen rein. Möchte natürlich nicht, dass es hier jetzt so rot ist. Deswegen kann ich das Ganze markieren. Hier die Schriftart bzw. Schriftfarbe ändern. Ich mache es jetzt mal grau, dass man es wenigstens noch ein bisschen sehen kann. Schriftgröße auf 90. Und jetzt möchte ich das Ganze noch umranden. Davor natürlich noch fett machen, dass es etwas schöner ausschaut. Zum Umranden von dem Text gehe ich eigentlich genauso vor, wie bei dem Handy davor auch. Hier links wurde automatisch eine neue Ebene eingefügt. Das hier ist meine Textebene. Ich möchte eine Zwischenebene hier reinbringen. Deswegen klicke ich nochmal auf die unterste. Dann hier unten links auf eine neue Ebene erstellen. Okay, jetzt habe ich eine Zwischenebene eingefügt. Dann hier oben meine Handy bzw. meine Textebene. Einmal rechtsklick auf Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann hier oben wieder Auswahl vergrößern. 25 wäre jetzt etwas groß, da ja die Schriftart um einiges kleiner ist als mein Handy. Deswegen mache ich einfach einmal 5. Klicke auf OK drauf. Und wir können wieder sehen, es wurde eine kleine Umrandung hier geschaffen. Jetzt noch hier rechts wieder meinen Farbeimer auswählen. Die Farbe Rot ist bei mir noch eingestellt. Und ich gehe mal auf meine Zwischenebene, klicke hier bei meiner Schrift rein und das Ganze wird automatisch wieder umrandet. Danach Auswahl nichts. Auf meine unterste Ebene klicke. Dann sieht man es immer relativ schön. Und zum Schluss, wenn ich das Ganze jetzt noch exportieren möchte, hier oben links auf Datei exportieren als. Ich tue es jetzt bei mir einfach mal bei meinen Downloads rein. Jetzt dauert es einen kurzen Moment. Exportieren, das passt normalerweise alles. Es wird exportiert. Gleich kann ich in meinen Ordner hier reinschauen. Bei Downloads. Und schon sehen wir, dass ich hier jetzt mein Bild bzw. mein Thumbnail mit der umrandeten Schrift und dem umrandeten Objekt habe. Und somit haben wir es auch schon geschafft. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.